Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Jonny und ich herzlich willkommen zu einem weiteren Battleworld Commentary mit dem Retrie. Die Webcam ist aus, denn irgendwie funktioniert die gerade nicht so ganz. Keine Ahnung warum, ich wollte ja nicht hier rummal ran. Ich probiere jetzt gerade wieder mit Wort der Herrlichkeit und ich teste nochmal Segen der Seraphim. Nicht, dass ihr euch also wundert, ich, weil wir haben hier nur einen Heiler, unser Dead. Ja, Dead. Das heißt, ich spiele jetzt mehr defensiv und schaue einfach mal, wie wir da irgendwie den Leuten helfen können. Die Webcam, ich sage, keine Ahnung, geht ihnen nicht an, keine Ahnung, ich habe sie schon abgezogen, ich habe jetzt aber auch keine Zeit, um da groß rum zu hantieren. Deswegen, was meckert hier? Bleibt sie einfach aus. Ah, die ist bald fertig. Also, angreifen tun wir natürlich schon. Der kriegt mal an Freedom. Ihnen müssen wir aufpassen. Ich halte jetzt auch wirklich mal mit hier, ne? Soweit es mir ermöglicht wird. Ich mache mal langsam. Greifen dich auch mal an. Nein, wir hauen am besten ab. Genau, wenn die ein Hunter hier, den stunnen wir. So, den halten wir auch mal. Ah, wir kriegen auch die Fresse. Aber ein Instant-Licht-Blitz für uns selber. Ich habe erstmal den. Na, nehm. Ich mache das nicht. Chilo Vengeance ab. So, und einmal hier in die Menge rein. Ah, da gibt es hier C'd. So, da ist der FC'd. Den machen wir mal langsam. Den machen wir langsam, habe ich gesagt. Okay, das wird nix. Oh, Lean Hunter, du gehst mir auf die Eier. Nein, gecaged. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht Bubbles. Scheiße. Nein, der ist tot. Der auch. Soll ich wieder auferstanden? Tatsächlich. Mal heilen. Ah, ich habe es gemerkt. Na, feuer. Die ganze Zeit halt da von mir das. AE-Spam. Ich möchte die beiden Storm. Mitheilen. So, da ist... Da, komm her, mein Freund. Töten können wir ja trotzdem. So, da ist sowas. Mal ein Instant-Lich-Bitz raus. Nein, ich krieg's ein Inline. Müssen wir aktiv heilen. 3, 2, 1, Stun. Jetzt hast du da einen Stun bekommen. Ah, der Instant-Lich-Bitz bleibt diesmal. Das finde ich gut. Das wäre vielleicht dann manchmal doch eine Option. Aber, naja, alle 15 Sekunden. Man muss unter 40% fallen. Ist halt nicht so ideal. Finde ich zumindest. Ein Inline bekommen. Und sterb. Eigentlich will ich jetzt hier gar nicht rumzeigen. Ja, jetzt liegen wir nämlich gleich 1-0 zurück. Ja. Genau das wollte ich eigentlich verhindern. Können wir mal vorgehen. Flagge holen. Vorne sitzt sie zumindest. Ich kann auch was durchreiten. Cool. Ich hole mir jetzt erstmal die Flagge. Nein, du bleibst hier. Ich hau jetzt ab. Kein Bock auf euch. Nein, kein Bock. Hau ab. Ich habe gesagt, hau ab. Sag mal, das gibt es doch überhaupt nicht. Jetzt bin ich tot. Mein Gott, ey. Ständig gesloat hier. Hau ab. Warum kann man nicht auch Dispel-Schutz auf seine Sachen haben? Wenn so Freedom geklaut wird, wird auch der Coole und um 50% verringern. Wenn die Bob dispeilt, wird das Gleiche. Warum eigentlich nicht? Oder zumindest, wenn sie entweder bei einem selber oder wenn sie bei Mitspielern geklaut wird. Das wäre doch schon mal was. Nicht generell. Tja, ihr müsst vorher Flagge holen. Unser Heiler stoppt jetzt. Vielleicht können wir ihm noch helfen. Ja. Ah nein, da war ja... So, gucken wir mal, ob wir was töten können dann während stattdessen. Gehen wir hier auf den Feral. Okay, jetzt ist er. Was anderes. Na, oh ja. Den wollte ich doch haben. Es ging gerade das Durchtippen nicht. Ich glaube, Healing Power sind wir deutlich unterlegen. Ja, die Flagge müssten wir halt natürlich dann schon holen, ne? So, mal hier heilen. Na komm, Gene Hunter, fall um. Kill mal den Police, nein, doch nicht. Oh, sie haben wir abgefangen. Gut, okay. Aber man merkt, da ist halt schon, die alles haben. Drei Heiler, wir haben nur einen. Beziehungsweise, ich versuche irgendwie halt zu heilen. Aber ich habe ja, ich habe einfach nicht diese Heilpower. Geht halt nicht. Komm her, D.K. Hier kann doch so blöd sein. Fast tot und... Ja, natürlich. Natürlich. Alles klar. Mal fragen, ob sie vorhaben, die Flagge zu holen. So, dann kriegst du jetzt erstmal deinen Stun. Und Freedom, kriegst du mal beides. Warum ist das jetzt nicht geprockt? Weil ich keinen Mana hatte, oder was? Verstehe ich jetzt nicht. Warum ist das jetzt eben nicht geprockt? Mal selber heilen. Mit Wings. Und schon ist... Ah, okay, der Priest war hinten noch dran. Wie blöd ist der denn? Der ist fast tot. Kann mich nicht killen. Okay, da hinten läuft er. Vielleicht kriegen wir ihn ja noch. Irgendwie, irgendwie abfangen. Oh, die machen es halt richtig, ne? Du bleibst hier. Ja, das ist echt hart. Mit drei Heilern. Das ist erstmal dein Inline. Warum kommt der Proc nicht? Warum kommt der Proc nicht? Ach, man zieht wieder... Ah, war glaube ich nur, die die Segen haben. Ja, 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 klar. Ist schon geil. Was sagen Sie, schaut mal um. Ich auch. Komm her. Komm her. Und tschüss. Das Problem ist, bringt uns alles nichts. Wir liegen zurück. Mit 2-0 jetzt. Drei Heiler, ey. Das ist unglaublich, was die heilen. Das ist erstmal Frieden, dass du abhauen kannst. Keine Massenbahnung. Keine Massenbahnung. Komm gar nicht auf dummen Gedanken, mein Freund. Das ist mir auch selber tot. Ich habe gefragt, ob ich dann noch was mache. WG ist das. Ich muss halt jetzt aufnehmen, bearbeiten. Jetzt eben sich die Skylines aufgenommen. Jo, er ist angeschrieben, blablabla und dann bei Moin, by the way. Ah ja, das ist typisch eher. Ich finde es total lustig. Wo geht es jetzt lang? Oben lang. Gut, dann fangen wir... Boah, Entschuldigung. Fangen wir dich mal ab. Na. Na. Du wirst nicht so weit kommen, wie du denkst. Ich werde dich auf jeden Fall, soweit ich kann, abhalten. Nein, du bleibst hier. Wo er leckt das gerade? Nein, du bleibst hier. Nein, du bleibst hier. Wieso habe ich jetzt... Hä, wieso gab es keine HP? Naja, gut, okay. Was soll ich machen? Die zwei Priester haben mich kaputt. Der Feral stirbt nicht. Weiß gar nicht, ob der schon irgendwas rausgehauen hat. Naja, gut. Ja, ist halt dann so. Weil es trotz allem Lange wäre. Die brauchen nur noch knapp drei Minuten. Ohne halbe ich wenigstens mal ein bisschen. Machen dem Handeater was Leben schwer, hm? Was haltet ihr denn davon? Gut, das kann er nichts mal machen. Tja. Da hat man dann verloren, ne? Man hat sich bemüht, aber... Was soll es als zweiter Heiler? So, oh viel. Ja. Ich will aber spaßhalber gerade noch mal was schauen. Ursache der Heilung. Lichtplatz. Warte, Herrlichkeit. Ja, das ist schon... Die ganze Handauflegung. Gut, Luminesens. Ich habe nicht so viel Heilung bekommen. Warte, Herrlichkeit im Zerg kann schon ganz nett sein. Aber es ist... Blizzard, bitte ändert das wieder so, wie es mal war. Naja gut, in diesem Sinne. So, das war es dann wieder für heute. Ich sage wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und wenn du es nicht längst hast, ein Abonnement. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder im Stream wiedersehen. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020